Und, was hat er gesagt? Ihr werdet's nicht glauben. Erinnert ihr euch an die Hitze, die wir gestern hatten? Ja, das weiß ich noch. Es war heiß. Also, was hat Mbea gesagt? Er hat vergessen, sich mit Schlamm einzuschmieren. Warum soll Mbea sich mit Schlamm einschmieren, Besti? So schützen sich Nashörner vor Sonnenbrand. Eigentlich allgemeinwissen.